Willkommen im Backstage-Bereich. Hallo. Ja, wir befinden uns hier im Kellerferden. Und das ist der wichtigste Ort für uns. Also, die Herausforderung ist ein Projekt unserer Schule, wo Schüler sich in kleinen Gruppen zusammenfinden können und über drei Wochen eine Herausforderung bestehen. Die Herausforderung kann ganz unterschiedlich sein. Mein sehr gelter Freund hier, der war letztes Jahr in einem hinduistischen Berglos in der Schweiz. Auf die Idee muss er einfach kommen. Okay, dann gab es viele Gruppen, also die, die wandern oder die Kanufahren oder auf irgendwelchen Bauernhöfen helfen oder sowas ähnliches. Und dann ist diese Musikherausforderung entstanden. Okay, und dann habt ihr, ihr spielt alle schon Instrument vorher oder seid ihr jetzt? Ja, ich fand nicht alle das, was wir dann da gelernt haben. Hat keiner irgendwas neu gelernt. Doch, ja, Sachsefone. Sachsefone, ganz neu. Was spielt ihr alle so? Du bist ja Bass. Bass, Bass, E-Bass. Ich bin hauptsächlich Tontechnik, bisschen Schlagzeug und ich singe. Ich spiele E-Gitarre und singe. Klavier. Klavier. Ich spiele E-Gitarre, Gitarre und ich singe. Klavier und singen. Schlagzeug. Jetzt ist Feuerprobe und zwar insofern Feuerprobe, dass nämlich hier heute die ganze Schule sitzen wird. Es sind im Moment 380 Leute. Also ich bin aufgeregt, ich glaube die Schüler nicht. Jonas, bist du aufgeregt? Nein. Warum nicht? Hä? Das ist ein gewohnt hier, die schüren hier, oder? Okay. Heilspiegel. Thomas. Ich bin aufgeregt, ich bin aufgeregt, ich bin aufgeregt, ich bin aufgeregt. Jernot die Lief conveht die We sulfonkers Mid sechs Uhrh vir. Ur Richtsdohr. Gebäck und habt ihr Eis? Gerät Siemaststieg haben. Lieben Siem Menschen? Dennis ist das imenti und metallic. Löwens ist das big knallapp. Kalifornien, Rappenbien, Timon, Dane, Kalifornien Kalifornien, Show your need Timon, Dane, 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 Dane Yeah, yeah, yeah Thank you